Hallöle Hallöle Hallö Hallö Gott, woher kommt die Sounds? Ich hab ein bisschen gebuddelt Ja, ich hab's schon gesehen Ich hab ein bisschen viel gebuddelt Ach, was meinst du? Ja Und ich hab gesehen, du hast eine Straße in die Wüste gebaut Ja, weil ich brauchte Lagerplatz Ah, okay Und irgendwo musst du die Straße hinführen Ja Sollen wir die Eisenproduktion eigentlich da unten machen, wo jetzt gerade das Kohle lag damit wir die Schlacke quasi dann direkt darunter verlagern können Also, dass wir hier quasi die Eisenproduktion hin machen Könnt man eigentlich machen, oder? Ja Ich denk schon Ich mein, das Eisen müssten wir dann hier hin bringen Aber hier könnte man anstatt der Kohle ja dann quasi das Eisen dann lagern und dann direkt hier verarbeiten Ja Ja, vor allem wir müssen ja eh hier runter Entweder bringen wir die Schlacke weg Oder halt das Eisen ist ja ne Wumpe Ja Ja Konkord Achso, genau Ich müsste auch nochmal eben bei mir im Stream Schönen 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 Ähm Hatte ich nicht eben noch einen Wagen in der Hand? Ja Ja, den hast du hochgeschwommen und abgestellt Ah, ok cool Der alte Mann darf jetzt Eisenfarben gehen wie verrückt Ey Den Namen hast du jetzt weg Na toll Äh, du schwebst bei mir, es sieht sehr lustig aus Tja Da bin ich schon aufgestiegen an das Reich der Toten Der alte Mann ist so weise, dass er schon schweben kann Ahahaha Ach Gott, ach Gott, ach Gott Diablamb差 jet 51 jewelry V craziness Glock Stand Flora 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 Bei dir ruft die Schiffswerte und erwerbt und Essen sammeln. Ja. Ah, ne selbst wenn ich da durchkomme, komme ich da nicht weiter. Hm. 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 Oh ja, das ist super. Nein! Hm. Oh. Ja, ja, ja. Oh. Oh. Untertitelung. BR 2018 Amen. Ah, Alter. Amen. 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 Und. Und. Ha. Man muss das Komma bedenken. Oh, wow. Dankeschön. Bitte, bitte. Ich hab dich da ja auch verschwinden lassen. Also Notiz an mich. Ich lauf nicht mehr übers Lager, wenn du da drin rumwurschtelst. Kannst du mir mal sagen, wie ich von hier aus zur Werft kommen soll? Äh, hier lang? Äh, mit nem Karren. Warum brauchst du denn nen Karren? Weil ich Massivholz da unten brauche. Ach so. Äh, warte. Du bunkerst das hier rein. Oder du bunkerst das hier. Dann sprichst du das hier an. Machst dann so. Dann kannst du das hier nutzen, um dazwischen die Sachen zu verschieben. Okay, cool. Ich, äh, brauchst du das Holz hier bestimmt nicht mehr. Äh, hä, hä. Ich hab dir da unten schon ne ganze Ladung Massivholz hingehauen. Juhu, okay. Dann verwende ich eher, obwohl ich werd mehr brauchen. Ähm. Warte. Ich hab ja bei mir nochmal neues angesetzt, aber der Karren ist weg. Joa. Oh. Okay. Okay. So. Äh, cool. Was fehlten hier noch? So. Zerkleinerte Stein und Sand. Zwar 10. So. Kann ich das auf einmal abladen. Ja, ich hab's gemerkt. So, komm ich jetzt von hier ans Holzlager dran. Lauf doch hier außen rum. Da komm ich mit dem Karren aber nicht durch. Dankeschön. Jo, bitte, bitte. Versuchst du jetzt einen Haufen Upgrades zu bauen, oder wie? Nee, wir brauchen das wohl hinterher und ich kann da nebenbei die Schiffswerf leveln. Oder Schiffsbauerei. Ah, okay. Ja. Das war, das war das falsche Lager. So. Ach, das Lager ist voll, deswegen komm ich da nicht dran. Hä? Oh ja. Aber du kannst auch zwischen zwei Lagern hin und her schieben, ne? Hm. Also du kannst das hier verwenden, um auf das linke und auf das rechte zuzugreifen. Ja. Ah, was ist denn 72? Geht halt durch 2 36. Hör auf mich aus zu lachen. Dankeschön. Dankeschön. Hör auf mich aus. Hilfe. Da brauchen wir Holzform. In claymode, oh Gott. Okay. Schuss, schuss. Ich freue mich. Wieso heißen die nur Lager groß? Wieso heißen die nur Lager groß? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ups 16 17 18 18 19 20 20 22 23 24 25 25 25 25 25 26 27 28 28 29 30 29 30 30 30 31 31 32 33 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 35 33 34 35 36 35 36 33 33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 36 35 36 37 36 35 35 36 37 36 37 38 38 38 38 39 39 39 40 39 Kann ich verstehen, genau das gleiche Problem hatte ich eben auch. Was mir gerade eingefallen ist, wegen unter der Erde Eisen produzieren und so, das Ding ist, dass wir ja diese mechanische Energie brauchen, um den Waschtisch zu betreiben und das wird unter der Erde wahrscheinlich eher so mittelmäßig gut funktionieren. Heißt, den Waschtisch müssen wir oben stehen lassen, dann müssen wir von oben nach unten die Schlacke dann halt transportieren. Den Rest können wir aber trotzdem nach unten machen. Ja. Das sollte klappen. Sortierst du gerade oder? Ja. Ich räum gerade hier, ich hab jetzt vier schon freigeräumt, hätte hier noch einen fünften. Jetzt ziehe ich alles, was hier oben ist, nach hier unten. Ja. Ja, ich hatte eben die ganze Straße noch verbraucht. Ah. Deswegen war jetzt noch das Kofi frei. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Das wird noch fun. Und so. Das war's für heute. 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 Oh, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, so. Okay, so. Das war's für heute. 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 Okay. So. So, dann holen wir noch ein bisschen ... Wie heißt das gleich noch? Kohle. Und die müssen wir dann klein braten. Obwohl, wir könnten auch die hier mitnehmen. Weil die müssen in einem Raum untergebracht werden. Ich laufe mit Kühlerflüssigkeit, würde ich sagen. Und guten Abend. Untertitelung des ZDF, 2020 Nee, war da nicht eben noch. Und was suchst du? Den Wagenmachertisch. Oh ja, der war hier mal. Okay, cool. Dann habe ich den, äh... Äh... Mache ich das bei mir drüben. Okay. 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 Vielen Dank. Alter, es ist hier viel. So. Ach, dieses Languhrding, das werde ich auch nicht los, oder? Ach. 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 Hey, Dragan. Oh. Ja, definitiv dauert das noch bis Autos. Jojo, gerade gemacht. So, kann man denn schon Weltebene, Umweltdaten, Verschmutzung, okay Bodenverschmutzung. Yay, ein 4 FPS Game. Okay. 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 So, der PC sieht aus, der zweite sieht auch gut aus. Äh. Okay. Das hatte ich auch noch nicht. Weiß ich nicht, ob der Server overloaded ist. Da, wenn ich wieder im Spiel bin, dann gucken wir doch mal. 15 FPS, 9, 8. 8. Hm. Komisch. Kann man eigentlich Aufträge auch pausieren? So, guck doch mal den Server an. Der schaut aber in Ordnung aus. Okay, der hatte eben gerade zwei Leg Spikes, das sind die Spikes. Okay. Die waren jeweils zum Relog. Okay, das passt eigentlich. Also, das sieht alles gut aus. Okay. So, wie hoffe ich. So, wie hoffe ich möchte. So, wie ist das? So, wie ist das? Wir haben jetzt. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, wenn es jetzt weiterläuft, ist ja alles in Ordnung. Okay. Dann bauen wir ja zur N. Untergründforschungsding. Kann das sein, dass das... Moment. Das testen wir doch gleich mal. Ist ja mal hart komisch. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel einfach nicht mochte, dass wir den nächsten Fortschritt erreicht haben und dadurch einfach Sachen gemacht haben. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Okay, so Speicher. Okay, und das hier ist Schlacke, Beton, dann kicken wir doch mal hier rein. Wir haben hier ein Stufe 2 Upgrade, okay. Was fehlt denn jetzt noch? Was fehlt? Okay, und hier fehlt Landwirtschaft. Holen Nahrung. Haben wir denn noch sowas? Wir brauchen Erde. Erde, Erde. Erde. Ich hatte doch hier irgendwo Erde. Ups. Verdammt. Wir brauchen mehr. Haben wir noch irgendwo 20 von irgendwas rumfliechen? Samenbau noch. Flaxsamen kriegen wir zum Glück relativ easy. Okay, jetzt fehlt... fehlt hier noch was? Nee. Hat sie denn hier irgendwo... Hat sie hier einen Schreinertisch? Ja. Mhm. 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 Okay, jetzt fehlt noch Ruhe. Ich hoffe, das reicht dann. Mhm. 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 Es hat nur keinen Platz mehr im Ziel im Winter. Mhm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Grundlagenforschung, Geologie Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich glaube, das ist der Falsche. Verdammt, äh, Prüfer. Womit kann ich denn gucken, ob da unten Ärzte sind oder nicht? Gab es da nicht auch irgendein Tool? Oh Gott, ich habe mich nur erschrocken. Entschuldigung. Weißt du, wie das Ding heißt, mit dem man Eisenerz finden kann? Äh, nee, das wollte ich auch gerade nachgucken. Es könnte natürlich sein, dass das eher so ein Ding ist, was man jetzt am Amboss oder so freischaltet. Das kann sein. Oder in der Schmiedestation. Ja. Ich schaue mir mal unser Endlager an. Da müsste ja jetzt schon die erste giftige Schlacke drin sein. Oh ja. Oh ja. Oh yeah. Oh ja. Oh ja. Kann man dir helfen? Ich bewege mich vorwärts. Sicher? Im Nanometer-Bereich. Ich hab da nur, äh, Zeug drinnen gesehen. Verrottetes Essen. Verrottetes Essen. Verrottetes Essen. Hm. Hm. Das hat nicht geklappt. Wo ist sie? Nicht anwesend. Wir spielen jetzt stille Post. Dragon, du bist ein Arsch. Ich will das auch haben. Oh. Erzsche, wo seid ihr? Ja. Ah Bis zum nächsten Mal. So, damit ist alles leer, dann können wir hier noch. So, damit ist alles leer. So, damit ist alles leer, dann können wir hier noch. So, damit ist alles leer. So, damit ist alles leer, dann können wir hier noch. So, damit ist alles leer, dann können wir hier noch. So, damit ist alles leer, dann können wir hier noch. So, damit ist alles leer. Oh. So, damit ist alles leer. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das habe ich am Anfang auch gemacht. Ich glaube nämlich, du kriegst irgendwie über den, äh, hier, Schmiede oder Amboss kriegst du irgendwas dazu. Ja, habe ich schon gelesen. Okay, super. So, ich hatte nämlich gewartet mit der Eisenproduktion auf, äh, Upgrade Nummer 4, da. So. 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 Nice. Brauchen wir dafür jetzt diese Holzförmchen? Äh, nee, die brauchen wir in Lehmform. Okay, gut. Okay, gut. Weil die Holzförmchen kann ich erst mit Nägeln herstellen, deswegen, das wäre mir dann keines Rätsel gewesen, wie ich das hätte machen sollen. Dreimal 3 Meter Greenscreen. Oh, sehr geil. Ich habe, ich habe tatsächlich mal den von der Elgato gekauft, diesen arschteuren Greenscreen, den man so hochziehen kann. Aber ich habe hier halt einfach keinen Platz dafür. Weil direkt hinter mir steht halt unser Couchtisch. Und das passt dann nicht so ganz. Außerdem würde Mila den wahrscheinlich umschmeißen. Gott, oh Gott, oh Gott. Also wir können jetzt für zwei Stunden Eisen herstellen. Cool. Ähm, das ist ja zum Glück gar nicht so lange. Nee, und das sind 50 mal 6, also 300 Eisenblöcke. Oder Eisenbarren. Nicht schlecht. Damit können wir erst mal ein bisschen weiter forschen. Ja. Ja. Okay, ähm. Ja. Hm. Ähm. Okay, wenn du mich beißen willst, dann kannst du es mir auch sagen. Dann lauf ich vorher schon mal weg. Äh, nee, ich glaube, das ist die Reaktion drauf, dass, äh, aus Eisenbaren Nägel hergestellt werden, in denen du drauf rumkaust. Aha, so funktioniert. Ja, gut, das macht natürlich Sinn, das macht Sinn. Ja, ja. Oh Gott, ich glaube, das ist auch schon mal ein bisschen buggy. Ich glaube, da kann ich auch mal ganz kurz haben, ne? Ja. Ja. ja das ist hier Würstchenparty und so also muss ja auch mal sein ich habe gehört es wurde über meine Würstchen geredet waaas kennst du den Film ich glaube der heißt Würstchenparty ich hab den nicht geguckt aber ich hab den Trailer glaube ich davon gesehen komm ich schieb noch von hinten an okay Teamwork make the dream work vor allem der Karren ist leer und trotzdem brauchst du Ewigkeiten hast du auch so ein Pommespeaker bei dir wenn du an dem Charakter runter guckst in First Person oh Moment ich sehe nur meine Knie okay cool weil wenn ich an mir runter gucke dann habe ich so voll die Pommespeaker bei ich habe übrigens ein paar mehr Truhen in das Forschungsgedöns da reingestellt falls wir mehr Platz benötigen wie gesagt Würstchenparty ne ich stecke dir gleich meine Würstchen in den Mund meinst du das wäre angebracht so was als Soundboard zu benutzen kommt drauf an welchen Moment unpassend ja okay guck mal bitte auf das Wasserrad und sag mir bitte dass es sich jetzt wieder falsch rum dreht das dreht sich falsch rum nur bei dir sag doch gleich es liegt an mir so ist ja bescheuert ja bei ihr im Stream dreht es sich genau in die andere Richtung ja so jah 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 Die zwei Eisenbahnen klaue ich mir. Eins. Ich will den Blacksmith erstellen. Die zwei Eisenbahnen klaue ich. Dann will ich jetzt mal gucken, was brauchen wir denn alles für den Bäckereiofen. Fünf und Ziegel, 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 dem Ziegel brauchen Sand und Förmchen. Können wir hier Förmchen herstellen? Holzform, wir brauchen Nägel. Verdammt! Ja. Die Dodos haben ja auch nicht lange durchgehalten, würde ich sagen. Ja. Genau. Was war denn da? Fällt das gerade nicht ein, wie die Szene in Ice Age war? Ah. Wo die die gefressen haben und das alles, ne? Ja. Ja. Langsam kommt's wieder. Ja. Das ist aber auch schon wieder ewig und drei Tage her. Oh, Blacksmith ist fertig. Als ich das gesehen hatte. Späisch hoch. Verdammt! Ich glaube, ich muss ein neues Haus bauen. Ah, ne Deckenlampe. Ein Sägewerk. Oh, wir brauchen Talg, ein Banktresor, einen dekorativen Anker, eine Münzprägerei, eine Wechselstube. Okay. Brauchen wir alles nicht? Hier kann ich einen gusseisernen Ofen herstellen. Schmelzen und Amboss und mit Bauholz. Okay. Eine Town Bell. Okay. Äh. Oh, ne. Ich hab schon einen. Ja. 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 Und ich brauche das nicht. Dreiholz. Hö. Nicht nett. Erst kommst du hier mit Würstchen und dann werden hier auch noch Leute erschrocken. Und dein Chat sagt, ich bin alt. Wie respektlos ist das bitte? Hier alte Leute irgendwelche Würstchen andrehen und dann auch noch erschrecken. Also ich muss hier auf Blutdruck und Herz achten. Und dass er sich das letzte Schnitzel fertig macht und dann Nuggets dazu. Mhm. Wie lange ist der eigentlich am kochen? Naja, es kommt auf die Portion an. Da kann das schon mal ein bisschen dauern. Achso, möchtest du übrigens auch so einen schicken großen Rucksack haben wie ich? Oh, ja. Habe ich befürchtet, dass du sowas sagst. Dann muss ich Tiere töten gehen. Was? Du hast noch kein Pilzleder? Kein was? Die vegane Alternative zu Leder. Aus Pilzen hergestelltes Leder. Ja. Ich zieh dir doch nicht die Haut unten rum ab. Hä... Hilfe. Du musst aufpassen, dass der alte Mann nicht einfach umfällt. Ja, ich glaub auch. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Der Abfall. Ah. Also, Dragon, falls du das hörst, den Struggle kenn ich. Oh. Ne. So. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Dragon, kauf dir ne Heißluftfritteuse. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, okay. Oh. Oh, Mann. Kann ich die hier rein nehmen? Komm. Oh. Status. Verdammt. Die Butze ist zu klein. Eisenrohr. Nägel. Eisensegeblatt. Okay. Ich glaube... Wir müssen anbauen. Okay. Wie machen wir das am geschicktesten? Speck oder Braten? Äh... Braten? Na gut. Also mit Speck oder Braten meinst du jetzt nicht meine Zukunftsaussichten, oder? Wird hier gerade aus dem Chat gefragt. Hilfe. Hilfe. Ich will nicht sagen, dass ich Hunger habe, aber... Also ich hätte ein bisschen Salat da. Nee, alles gut. Du hast genug Speck, alter Mann. Ähm... Die ist mega. Schmeißt du einfach alles rein, drückst auf Start und dann ist fertig. Brauchst nix braten. Ja. Oh mein Gott. Wo ist das ganze Fleisch hin? Weiß ich nicht. Wo ist das Fleisch? Wo ist das Fleisch? Ich rede nicht von den... In deiner Hand. Soundboard incoming. Okay. Könntest du bitte wieder das Fleisch in meine Truhe legen? Ich hab nix. Jetzt ohne Flachs. Ich hätte noch Keime. Das kann gar nicht sein. Das kann überhaupt nicht sein. Ist das vielleicht das verrottete Essen da am Ende? Nee, ich hab ja gerade erst neues Fleisch gemacht. Also du, keine Ahnung. Ist das irgendwo... Freitag gerettet. Wenn ich mich nicht mit dem Motorrad langmach, dann auf jeden Fall. Er hat es geklaut. Jetzt gib mir mein Fleisch wieder. Glaub ich dir nicht. Lügner. Gib mir mein Fleisch wieder. Also ich hab nur Würstchen, Eicheln und Keime hab ich dir in die Truhe getan. Schön. Die hast du schön von deinen Würstchen gekratzt, oder? Ja. Und von deinen Eicheln. Oh Gott. Was nimmt hier ganz falsche Züge an? Wirklich? Hilfe. Wo ist mein Fleisch? Ja. 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 Aber das tut mir echt leid. Das Schlimme da dran ist auch noch Dragonless Eight als ich. Das Schlimme da dran ist. So haben wir schon irgendwo erstmal ein Provisorium. Ja ich weiß es hält nichts länger als ein Provisorium aber ich will das hier abreißen. Dann brauchen wir Mauern. Unser komplettes Eisenerz ist leer. Krass. Äh 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 äh. Cool danke. Gerne. Achja übrigens mein Chat fühlt sich die ganze Zeit gerade angesprochen mit alter Mann. Kann, kann, kann ich dafür? Ich glaube nicht. Es tut mir leid Zuschauer. Ähm. Und laut ihm äh sind alle unter oder im Baujahr 90 noch nicht aus ihren Windeln raus. Oh mein Gott. Entschuldigung. Bei komischen Aktionen muss ich immer sofort auf deinen Stream gucken. Hahaha. 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 Komisch. Äh. Viel Spaß im Glöckspanien. Und dir auch noch einen schönen Abend. Ja. Drage ist immer noch älter als ich. Das möchte ich nur nochmal anmerken. Hahaha. Ich kann ja nichts dafür, dass ihr alle älter seid als ich. Geht mal gar nicht. Oh. Ich bin um 10 Tage 90er Baujahr. Tja. 34? Dann? Ja. Ja. Ja ich äh bin jünger. Definitiv. Definitiv. Vor allem Halbzeit. Die Einstellung finde ich gut aber auch ein bisschen. Wir wollen doch alle, dass alle älter werden als 100. So muss man das doch sehen oder? Und ja heute vergeht die Zeit echt krass schnell. Hey. Ich arbeite im Krankenhaus. Da muss ich so eingestellt sein. Alle werden gesund, alt und wir müssen nicht so früh Rente bezahlen. Obwohl Rente werde ich nie im Leben bekommen. Also passt das. So. So macht sie. Ich brauche ja hilflich vielleicht. Uralt. Nur gut betagt. Ah. Schön. Jetzt dreht sich das wieder richtig. Ach verdammt. Nachунд Ich brauche Musiks. Oh. 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 Okay, und tschüss. Äh, hi. Welches Level hast du schmelzen? Bestimmt schon auf Stufe 3, oder? Äh, im Moment. Achso, Windrad, Windrad. Nur eine Erinnerung, bevor ich wieder angemeckert werde. Hetzt mich nicht. Wir brauchen kein Windrad. Es läuft gerade auch ohne. Äh, wo war denn? Äh, Stufe 2 bin ich. Ja, dann hau mal rein. Ich brauche einen gusseisernen Ofen, damit ich kochen kann. Du bist übrigens Pinocchio. Du bist Pinocchio. Wow. Hilfe. Na, bereust du schon, was mit mir zusammen gemacht zu haben? Och, nö. Ich bin Schlimmeres gewöhnt. Du tust mir leid. Was ist passiert? Wo bist du falsch abgebogen? Ich hab, äh, in der sozialen Einrichtung angefangen. Alles, was ich sage, kann und wird gegen mich verwendet. Okay. Okay. Nee, also, ich arbeite ernsthaft im Krankenhaus. Und ja. Genau. Und ja, da kann man sich nicht sicher sein, auf welche Nase sie zeigt. Da, da, da. Das war's. Bei dem nächsten Tisch, Flüsseisenofen, brauchst du auch Energiebewegungstücken. Dann stelle ich den einfach hier hin und dann hat sich das auch entledigt. Dann baue ich ein Dach drüber und dann passt das schon. Ich habe einen Stern dazu bekommen. So, dann. Jetzt gehst du aber echt zu hart mit dir ins Gericht, würde ich sagen. Er bruttelt sich einfach wieder bis ins Nirvana. Nee. Ey du, ich habe mal einen Fragen. Stell einen Fragen. Ich brauche einen Mühlstein am Steinmetztisch. Kannst du mir den bitte herstellen? Moment. Ich bin nicht gefähigt dies zu tun. Hast du denn einen Steinmetztisch aufgebaut? Hm. Materialien liegen auch da. Okay. Dann stelle ich den bitte dummer. Du hast doch einen Stern, mach doch einen Steinmetz, dann kannst du es auch selber machen. Könnte ich theoretisch tun. Könnte ich theoretisch tun, aber jetzt ist ja auch egal, weil es wird ja gerade von... Das ist übrigens um Mehl herzustellen. Ja. Ich habe 180. Mehl? Selbstverständlich. Ja, dann warum habe ich das dann nicht? Ich brauche das zum Kochen. Gib her. Ja. Das ist in der Truhe bei dem Mahlstein. Bei welchem Mahlstein? Den im Landwirtschaftsgebäude. Da. Oh. Okay, cool. Danke. Ach, nee. 80 habe ich noch drüben bei der Forschung. Oh, wow. Okay, cool. Äh, hast du Nahrung? Da bin ich gerade bei herzustellen. Sekunde noch. Ah, okay. Ich könnte ein bisschen Salat anziehen, aber ich weiß nicht, ob du davon so satt wirst. Boah. Erstmal, ich muss nur ein Haus bauen, damit ich ein Amboss bauen kann, damit ich Nägel herstellen kann. Oh, dieses Kack-Ding. Warum? Was ist dein fucking Problem? Wo ist jetzt schon wieder das... Oh. Fuck. Also der Chat meint, ich bin mit meinen Zuschauern und Mitspielern so gestraft, dass das als Strafverschärfung gilt. Ich wollte dich da nur einmal drauf hinweisen. Ja, freut mich. Jetzt fehlen mir hier die Fleischreste. Da sind die doch drin. Warum bist du nicht in der Lage, dir die da rauszunehmen? Höfe. So. Dann bauen wir mal weiter. So. Oh. coffee. So. 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 Okay. Oh, was ist das? Oh. So. Oh. Status. Post. Status. Post. Guscheiserner Ofen. Herstellung. Ein Banktresor. Ich brauche Schmieden. Und hier haben wir Nägel. Nägel. Oh ja, hast recht. Das sollten wir später auf jeden Fall anstreben. Dass wir da eher ein Flachdach draus setzen. Meine eine Idee war jetzt das hier zu nutzen. Dass das hier jetzt so hoch. Verdammt. Das hier noch höher. Vielleicht machen wir es dann noch ein bisschen höher. Dann könnte man die übereinander stapeln oder so. Mal gucken. So. Mechanik. Was brauchen wir denn hier? Geo. Wie? Alter, wie viel brauchen wir denn? Oh Gott. Kommen Sie, kommen Sie in mein Haus. Äh. Kommen Sie. Nur keine Scheu. Guten Abend, Knellfrau. Guten Abend. Ah. Ich dachte, du hast sie jetzt verschlossen. Wow, du warst sogar dabei. Wow. 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 Ah. Ähm. Du kannst hier den Lagerfeuer Feld-Eintopf rausnehmen. Ah. Oh mein Gott. Ich hab mir Schief mitbekommen. Warum? Eat what you've got hankering for. Ich hatte wohl so schlechte Essenswerte. Dass mir wohl etwas gefehlt hat. Und zwar... Vitamine wahrscheinlich. Ja. 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 Die fehlen mir nämlich auch. Ja. Ich hab 7,6 in Vitamin. Ja. Entfett hab ich 11,5. Ich glaub, ich hatte gar nichts. Oh wow. Und deswegen hab ich das so schief mitbekommen. Hm. Ja. Ja, wie gesagt, du kannst ja den kompletten Lagerfeuer Feld-Eintopf da rausnehmen. Ja, ich bin erstmal wieder voll. Was? Jetzt schon? Ja. Das ging aber schnell. Immer diese Säufer. Ja. So was brauchen wir denn? Ja. Fortgeschritten. Das ist doch scheiße. Fehlend. Und irgendeines Forschungspapier. Und das war zu. Ja. Und das war ganz schön. Und das war sehr schön. Und das war sehr schön. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an den Eintopf, ähm, aus König der Löwen. Mit den Käfern. Achso. Ich war gerade, wo kommt da Eintopf vor? Schau dir den doch mal an. Oh, ja. Oh Gott. Das sieht halt wirklich so aus. Aber ich glaube, ich mache für heute mal Feierabend. Ich schicke dann alle an dich, weil hier... Kitoki. Seit wann bist du am Stream? Äh, äh, 15.30 Uhr. Oh. Okay, ja, da kann ich es verstehen. Ja, ich bin voll müde. Was? Oh, 15. 20 Uhr? Ja, ich bin müde. Äh? Aber... Ich bin ein alter Mann und ich bin noch fit. Also... Nein, ich bin kein alter Mann. So. Das hat... Das einer hat nichts mit dem anderen. Okay. So. Ich war ziemlich mal in den Rücken. Okay, damit ich nicht gestört werde. Beim Tüß sagen. Jo, mach mal. Ich bin ein alter Mann. Ja, ich bin ein alter Mann. Dieses juego. Das ist ja. Ich bin kein alter Mann. Ja, ne? Geht ja mal gar nicht. So, und für Blacksmiths brauchen wir Erze. Das ist kacke. Ich grüße euch und ich begrüße euch. WhatGate? Ja, Genie, Streich und so. Also, ich bin jetzt auf dem Erz suchen, weil ich 25 Stück brauche. Und irgendwer muss mir noch ein Schreiner-Ding da upgraden. Ja, ich weiß. Das ist für die Zuschauer mute ich mich. So, hier war noch ein bisschen Ja, das ist... Bis zum nächsten Mal. Oh. Verdammig. Obwohl ich das vergesse. So. Bestätigen. Hey Lorden. So und dann jetzt. Ja da habe ich auch ganz ganz schlimme dunkle Erinnerungen dran. Mit den Kupfer. Das war. Ich glaube die Hölle das zu finden. Das war's. War das nicht irgendwie im Dschungel, tief in den Bergen verbaut oder so? Irgendwas klingelt da noch bei mir. Dann war das das. Auf jeden Fall tiefen Schürfung, irgendwie sowas, ne? So. Also genügend Erz sollten wir haben. Glaube ich. Ah, hier. Wie viel war denn das? 5,44. Oh, sauber. Und das hier brauchte fortgeschritten. Oh. Ja. Aber das schmilzt ja hier vor sich hin. So. Das war dann wo? Wahrscheinlich hier schmelzen. Aber so viel ist das ja auch nicht mehr. Ah. Doch. Ein bisschen. So. shine. Das war's. Ja. Mandy. Hmm. 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 So. Ach, das... Können wir nochmal runterbringen. Oh. Pum, pum. Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 So, ich könnte mal gucken. Ob ich die... Noch eine Schmelze da reinbauen kann in das Gebäude. Oh. 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 Oder nicht. Oh. So. 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 Verdammt. 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 das muss hier noch schöner gebaut werden eindeutig oh So, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Super, damit können wir jetzt Ziegel herstellen Oh Ah 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Vielen Dank. So, wo produzieren wir das denn? So, wo ist das denn? Wo kann ich denn Bauholz herstellen? So, wo ist das denn? 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 So, wo ist das? So, wo ist das denn? So, wo ist das? So, wo ist das denn? So, wo ist das? So, wo ist das denn? So, wo ist das? Das war's für heute. Uff Okay Was hältst du von der Idee Moment Nehmen das eine fertig machen Moment So Idee Mauerzaun In die Richtung geht das Sägewerk Mit einem Weg links Neun Bäume als Farm Und da dran angeschlossen Kommt dann erstmal ein Grundriss an Mauern Und dann hätte ich einfach Probeweise vier Lager Unten hingebaut Und die dann als Untergrund genutzt Um obendrauf eine zweite Etage zu setzen für Das Sägewerk Um obendrauf ein Ja Au Der geht dann hier lang. So, dann würde ich nämlich jetzt als ersten Schritt die Bäume alle wegkloppen. Das einlagern, dafür dann Holz herstellen. Und dann hier gucken, wie breit ich werden muss. Und ja. Aber ich wollte eben fix Sand holen, dass ich wenigstens machen kann. Wie heißt das gleich noch? Ziegel. So, nasse Ziegel. Dann mache ich hier noch eben Sandproduktion. Und dann mache ich das Pon få. Okay. Ich muss das Wasser nehmen. Und dann mache ich das Wasser. Okay Ja kloppen wir das hier erstmal alles weg würde ich sagen Dann haben wir auch schon mal genügend Holz im Vorrat Holz im Vorrat Was ist wenn wir Zum Beispiel eine Idee wäre dann Drei Lager in die Richtung gehen Also insgesamt sechs Lager Mit einer Treppe am Ende Dass du noch gehen kannst Echt Und dann dampfbetriebener wagen aber wir könnten einen handflug bauen hier brauchen wir noch gusseisernen holzbrett und stoffkriegel ja er hier fehlt noch dafür brauchen wir erstmal das sägewerk ja 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 Wege sollten wir erst mal genügt haben. Okay. Okidoki. Dann passt das ja alles so gut. So, Blacksmith. Aber das könnten wir eigentlich jetzt nochmal eben fertig machen. Eisenrohre brechen wir mal eben ab. Weil dann wäre ja schon mal eine gute Idee, wir bauen zumindest erst mal das Sägewerk. Hmm. Also deinen Vorschlag finde ich gut und dann fangen wir an, das Gebäude hier weiterzubauen, sodass wir zumindest erstmal schon mal die Sachen für Money fertig haben. Wow, es fehlt ein Sand. Und dann fangen wir an. Und dann fangen wir an. Also sie wollte einen gusseisernen Ofen. Und einen Backtisch, so wie ich mich entsinne. Kann das ungefähr hinkommen? Wow, the fuck ist das riesig, das Teil. Und dann fangen wir an. Okay. Also würde ich sagen, ist das unsere nächste Aufgabe, die zwei Sachen fertig zu machen. Oh, das passt hier gar nicht rein. Und dann fangen wir an. Ach genau, das wollte ich noch nachgucken. Okay, hier habe ich nichts mehr. Gut. Also ja, hast zum Teil recht. Ich will jetzt den Bereich hier erweitern. Wow. Und dann fangen wir an. Okay. Und dann fangen wir an. 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 Also Idee, ich erweitere das Teil hier und anschließend wird das dann einfach wieder entsorgt. Das war's. Das war's. Wow, ist die groß. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ah, verdammt Ja, das war jetzt die Idee dahinter. Ja, das war jetzt die Idee. 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 Jetzt brauchen wir noch einen Raumwert, der höher ist. Wie kriegen wir denn den Raumwert öffnet? Aber ich weiß wie. Oder auch nicht. Das war jetzt die Idee. Verdammt. Oder wenn wir da ein Fußboot einbauen. Das war jetzt die Idee. Okay. Okay, ich würde aber jetzt eben noch kurz warten, bis der Backofen da fertig ist. Und dann würde ich... Und dann würde ich mir die Ziegel da wegnehmen. Ja, das finde ich... Ja. 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 Dann haben wir jetzt... Dann haben wir jetzt gerade ja gut. Ja. 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 Ich glaube wir können uns doch ein paar Steine klauen. Oh, ein Äquadokt. Eis. Oh, ein Äquadokt. Oh, ein Äquadokt. Oh, ein Äquadokt. Perf Fryddern auf einmal. So. So. Das war's für heute. 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 Yeah. 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 Das war's für heute. Oh. 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 So. 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 Sondern Wasserrad an Wasserrad an Wasserrad bauen. Ja, bei mir wird die automatisch blockiert, das ist das Gute, aber trotzdem nervig auf 100 Level ist das. Oh, eine Tarnhose. Eine Nähmaschine. Okay. So. Was muss versetzt sein? Oh mein Gott, wir brauchen Flux Seeds. Okay, dann. Wow. Okay, ich sollte mal mein Kram hier entsorgen. Ja, ich merke das schon. Das ist ein bisschen sehr viel. So. Ah, die Wasserräder müssen versetzt sein. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Ich wollte mal eben gucken. Oh. Ah, guck mal, die Sachen haben wir noch nicht. Oder wo werden die hergestellt? Ah, hergestellt beim Grindstone. Äh, das von Money, oder? Oh. Oh, 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 oh. Ja, das soll sie aber gerne selbst machen. Da greife ich nicht ein, ich wollte das nur einmal hinstellen, dass das direkt, ähm, reinschallert. Benötigt auch noch, oh Gott. Benötigt auch noch, oh Gott, es benötigt Leder. Hat sie Leder? Nice. Ich dachte, die hat Metzgerei gelernt. Okay. Ja, wieso gucke ich für Leder in die Küche? Ah. Pelz, Pelz. Pelz, 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 Pelz. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Also die größeren Werkzeuge lassen wir erstmal. Weil ich glaube, die machen wir eh viel zu viel zu schnell auch kaputt. Ich glaube, das mit den... Hier, wie heißt das? Mit den Eisen-Tools will ich dann doch vielleicht erst machen. Oder in Angriff nehmen. Wenn sie wieder online ist. Ah. Ja, okay. Dann passt das ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich glaube, das dürfte richtig geil aussehen. So. Ich bin nie gut im Bauen von solchen Sachen. Aber wenn wir jetzt hier das bis rüber bauen, dann hier eine geile... Könnte man dann nicht so eine Art Brückengebäude dort anschließen und das dann so pseudomäßig als Windmühle bauen? Ich bin verdammt schlecht im Bauen. Aber dann könnte man... Hier setzt man dann Gebäude als kleine Brücke, das ist dann hier nur so zwei breit oder so, dass man rüber laufen kann hin und her. Und dann kommt auf diese Höhe hier... Also wenn dann das Gebäude so geht und dann geht hier ein kleiner Turm hoch und hier kommt noch ein Windrad dran oder so. Dann hat das wenigstens ein bisschen Stil und dann ist das auch ein bisschen versteckt. Aber... Aber ich bin froh, dass das funktioniert hat. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber lupt. Ja, jetzt braucht man nur jemanden, der künstlerisch auch so begabt ist, um sowas durchzuführen. Ich bin froh, dass das ist, um sowas durchzuführen, um sowas durchzuführen, um sowas durchzuführen. Ich bin froh, dass das ist, um sowas durchzuführen, um sowas durchzuführen, um sowas durchzuführen, um sowas durchzuführen. Geil. Dann machen wir das wie folgt. Ja, ich habe das gerade geholt. Also... Masterplan. Und zwar... Äh... Ah, hier. War da eben... Ich will das noch eben einstellen. Also... So. Also. Masterplan. Du gibst bei Manni im Chat leichte... So Hinweise, unterschwellig. Ähm... Nicht offensichtlich. Und das gleiche mache ich auch so, dass ich schlecht im Bauen bin und dass das doch ganz cool aussehen würde. Und das machen wir alle so ganz unterschwellig und... So im Hintergrund. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass dann hier irgendwann eines Tages... Das Schöne steht. Aber jetzt ist die ganz große Frage... Muss ich jetzt hier noch welche hinbauen oder... Sollte ich noch keine hinbauen? Also... Die Reihe abschließen meine ich jetzt einfach. Das müsste ich doch eigentlich machen, oder? Als ich hier genres mache. Ich glaube, das war ja... Wie gehts auf die Krone? Das ist ja. Ich habe keine Allianz gesagt, dass es eine Karte geht. Ersküren. Der Schöne ist ja. Es hat im Augenblick. Aber schon wurde alles ridden. Das ist ja. Entschuldige. Durch es auf deine Räume. Nachdem uns hier seit B 또юrun. Das war ich. Phase 10x. Dreie h Story hier. Der Schöne ist ja. Der Schöne ist ja. Der Schöne ist ja. Der Schöne ist ja. 1, 2, 3 Ja, das dachte ich mir nämlich jetzt auch, dass wir das einmal eben fix machen. So, drei Wasserräder. 1, 2, 3 Ja, bei mir ist das... Wie folgt. Die Ausschmückung des Ganzen entspricht dieser Statue, so stelle ich mir das im Kopf vor. Und das Endergebnis davon ist dann meistens eher dieser Stein hier drunter. Das ist dann so die Ausführung davon. Aber man könnte hier eine Stufe nach unten gehen, so rüber. Oder das auf dieser Höhe lassen. Oder man baut so zweier... Eine Treppe, die mit Stufe nach oben geht, dass man hier drüber ist. Na, bei mir eher weniger. Oh ne... Obwohl... Oh, es gibt einen richtigen Zaun. Moin Dalek. Was geht? 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay, das klappt. Joa, also schön Feierabendbier und dann den Abend genießen, sagst du? Das ist cool. Hammer time. Oh. So. Ich wollte noch was anderes gucken. Super. Schreinerei 5. Bei welcher Stufe bin ich denn Schreinerei? 3. Hört doch hier zusammen, wenn sie alleine stehen. So, was ist hier besser? Wir packen doch mehrere aneinander, oder? Oh. Okay. Kann ich das... Das passt. Und dann kann ich mir das. Okay. Okay. 6 stück nice ja ne ich mach das ganz entspannt ich trinke nur bei meinen eltern bier ich trinke ich kaufe mir selbst kein bier ich hätte hier noch würde ich morgen nicht ach was könnte ich morgen eigentlich mal zum feierabend machen nicht zum feierabend sondern zum stream ich habe noch zwei liter med hier die können morgen eigentlich mal ganz entspannt trinken so ein bisschen oh ja und auch passend es ist wikinger mit aus dem ton krug ja den kaufen wir eigentlich immer nur für ein festival schön im kanister und dann auf trockeneis in den sprinter rein und dann hast du da schön ich glaube ja das letzte mal 100 liter meter bei auf trockeneis glückspilz ich obwohl ich habe es halb frei wir arbeiten unter der woche immer so viel dass wir am freitag schon um 12 uhr 30 feierabend haben das heißt tiefen entspannung ab 13 uhr so tiefen entspannung ich muss noch mal eben gucken ob amazon mich genattet hat oder nicht bis jetzt sieht es noch positiv aus also ich weiß nicht was amazon macht aber die das sind solche ja schon mittlerweile ja also mal wieder hat amazon wahrscheinlich meine bestellung verkackt und ja ja und der wie kann man das gut erklären brauche ich eigentlich kann ich jetzt erklären sondern ihr habt ja alle schon mal bei amazon bestellt und mittlerweile kriegt man ja angezeigt hey das paket ist noch acht stops von dir zu hause entfernt gucke hier auf die karte das habe ich heute um 13 uhr angezeigt bekommen um 14 uhr wurde dann angezeigt es ist keine stops mehr entfernt und das geht dann bis 22 uhr und dann steht dann da drin wenn sie ihr paket nicht bis zum 26 oder 27 erhalten also würde jetzt heute dargestellt werden dann überweisen wir ihr geld zurück so und ich will ja die ware haben und nicht das geld wieder haben so blöd gesagt und dann kommt es vor dass ich ein und denselben artikel dreimal bestelle zweimal wird er nicht zugestellt und beim dritten mal wird er dann zugestellt oder es kommen alle drei pakete auf einmal obwohl ich die anderen beiden so gesehen storniert habe und in den letzten wochen oder monaten war ich glaube zehnmal pakete zurück schicken weil amazon die nicht ausliefert oder dann drei tage später ausliefert und dann steht er da die ganze zeit warten sie jetzt noch drei tage und dann kriegen sie ihr geld zurück das ist richtig nervig und ich habe gefühl dass gefühl also ich habe das gefühl dass es immer nur der eine fahrer ja aber der auf der karte wurde schon mal angezeigt dass der ein haus weiter ist und dann wurde es nicht abgeliefert der andere lieferant der kennt mich mittlerweile wenn der vor 12 uhr bei mir abliefert vor 17 uhr bei mir abliefert schmeißt das einfach hinten auf die veranda rauf und sonst klingelt er und der habe ich das gefühl der hat pakete bei sich liegen und ja das wars dann ja und DHL ist das beste bei uns muss man sagen da kriegst du wenigstens die pakete sofort zugestellt und alles problemlos reibungslos und die verstehen auch alles was man reinschreibt ja hallo painless naja ähm das ist eine schlechte ausrede würde ich sagen weil egal in welchem map system du meine adresse einträgst du kriegst es direkt angezeigt ähm ja kann ich machen also das ist echo und in echo geht es eigentlich darum gemeinsam mit vielen anderen eine zivilisation aufzubauen und äh wir sind hier aber nur zu zweit unterwegs weswegen wir äh den server ein wenig bearbeitet haben sodass wir äh weniger verdammt äh und äh beziehungsweise sodass wir mehr ressourcen ne nicht ressourcen sondern mehr erfahrungspunkte bekommen und äh ähm ähm ja aber eigentlich ist das äh man könnte es mit von dem blöckchen system her mit Minecraft gleichsetzen weil du kannst halt alle blöcke hier abbauen und bauen und du baust auch immer in blöcken aber was halt cool ist du hast ganz viele profession solche wir haben jetzt durch den durch die server anpassungen kriegen wir halt viel viel schneller bedeutend schneller äh erfahrungspunkte und ähm dann kannst du hier zum einen sachen freischalten und sachen bauen und es geht eigentlich wenn du das zum beispiel auf dem großen server spielst hat jeder nur das was er gerne macht zum beispiel du machst gerne bergarbeit und steinmetz also was du das beides und dann kannst du die sachen herstellen und dann gibt es hier auch die möglichkeit ähm auftragstafeln anzufertigen wo du aufträge annehmen kannst ähm man kann hier ein gerichtsgebäude bauen genau jeder hat einen eigenen beruf und kann dann da seine sachen herstellen und äh macht dann so gesehen seine eigene profession du kannst hier eine stadt gründen ähm du kannst du kannst einen staat gründen du hast hier einen kompletten planeten mit dem du spielen und arbeiten kannst ähm du kannst straßen bauen du kannst irgendwann zig sachen machen also genau wenn du es denn möchtest wir haben das hier so eingerichtet dass es eigentlich ein singleplayer titel ist der den wir gerade zu zweit spielen so ist das circa eingestellt das ist dauert alles ein bisschen aber nicht sehr extrem und da wo wir jetzt sind würdest du ewig und drei tage eigentlich brauchen wenn du alleine spielen würdest mit den standardeinstellungen ähm das beste ist eigentlich wenn du dir mal youtube videos dazu anguckst um mal zu sehen wie in was für extreme das gehen kann ähm hier ist zum beispiel schon das erste extrem finde ich zumindestens es wird noch schlimmer ähm wir haben jetzt hier mittlerweile ein sägewerk was für uns holz herstellt und das wird halt immer besser und besser und besser wodurch du immer weniger ressourcen verbrauchen kannst und mehr ressourcen raus bekommst und auch bessere sachen so dass dann irgendwann wenn du zum beispiel jetzt schreiner und holzfäller gelehrt hast ganz viele leute von dir eigentlich diese großen bauholzlager haben wollen einfach nur weil du da mega viele sachen drin speichern kannst ja und so läuft dann das spiel nach und nach ab und du kannst auch bauen natürlich du kannst du was ich cool finde ist halt du holst dir einen baublock den du magst nehmen wir jetzt hier einfach mal eben bauholz und dann hast du einen bauhammer und dann kannst du verschiedene arten von blöcken aneinander rein und sachen damit bauen so kannst du dann nach und nach dein haus bauen wie du gestalten möchtest es geht dann irgendwann auch so weit dass du hier zum beispiel hast du einen status und der sagt dir was sind deine voraussetzung für das ganze genau ähm der sagt dir dann was für voraussetzung du brauchst für den raum wie wie der eingerichtet werden muss was für einen wert der haben muss und dadurch kannst du dann den tisch erst aktivieren gleichzeitig geht das aber auch dahin dass du zum beispiel wenn du einen eigenen wohnsitz hast oder die heimatstädte dass du dein wohnhaus dementsprechend einrichten damit das vorangeht und du einen höheren wert hier unten bekommst also das ist der multiplikator deiner erfahrungspunkte der wird durch ich glaube wohnraum und essen bestimmt und vervielfältigt sich halt nach und nach und je besser deine einrichtung ist desto besser dein essen ist desto mehr erfahrungspunkte bekommst du dann auch in den späteren berufen also das ist du kannst das richtig richtig groß aufziehen und irgendwann kannst du hier auch mit baggern und traktoren durch die gegend fahren und ja also du kannst dich da richtig drinnen verlieren und so ein paar stündchen da drinnen reinballern also wir spielen jetzt seit montag und da habe ich nicht viel gespielt ähm aber insgesamt habe ich halt schon 150 stunden in echo und das ist eigentlich nach wie vor noch im early access aber äh es kommen noch immer ein haufen updates und die machen verbesserungen und 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 also das dahingehend macht das richtig laune und äh was ich persönlich sagen kann es hat mir auch sehr viel spaß gemacht das ganze im singleplayer zu spielen mit angepassten werten natürlich da findet man auch super erklärungen im internet für ähm wie du am besten welche werte einstellst damit das zwar noch ein bisschen kompliziert ist aber du trotzdem gut vorankommst und nicht einfach 1700 jahre darauf wartest dass du ein bisschen weiter kommst damit du äh einen gewissen stein abbauen kannst oh ja und das schlimmste an echo ist weswegen es auch echo heißt ähm du kannst die umwelt zerstören und das im wahrsten sinne des wortes äh es kann passieren wenn du zu viele Hasen tötest dass du die Hasen ausrottest und es keine Hasen mehr gibt das heißt du kannst nie wieder Hasenfell bekommen das gleiche zählt für jedes Tier und für jede Pflanze das heißt baust du zu viel Pflanzen ab kann es passieren dass die nicht wieder kommen das heißt du hast auf Lebzeiten das äh zerstört ähm du hast hier diesen Planeten und hier rechts an der Seite kannst du halt sehr viel nachprüfen kannst zum Teil auch wenn du zu viele Bäume ab äh abholst steigerst du glaube ich die äh Temperatur des Planeten wir sind hier glaube ich noch nicht ganz so schlimm ähm ja genau das kannst du machen ähm aber wie du siehst wir sind noch relativ harmlos aber du siehst diesen dunklen roten Bereich das ist halt ähm dunkelrot ist ich glaube je niedriger der Wert desto schlimmer wird es so hier ist es ja mit Leuten die man kennt genau so so ah ne je höher der Wert desto schlimmer wird es ne also die Wüste hier ist sehr heiß hier sind wir noch in der gemäßigten Zone und ähm aber wenn du die ganzen Bäume hier fällst kann es halt irgendwann passieren das hier alles vertrocknet die Tiere sterben und äh du nicht mehr an Nahrung rankommst im schlimmsten Fall dazu kommt es noch dass du die Umgebung auch noch anderweitig verschmutzen kannst indem du zum Beispiel Eisenbarren herstellst und dafür musst du Eisenerz schreddern und aus diesem geschredderten Eisenerz bekommst du konzentriertes Eisen und so genannte so genanntes Tailing das ist giftiger Schlamm und der kann die Umgebung verseuchen das ist wie radioaktiver Müll den haben wir jetzt hier unter Tage eingebunkert mit der Schlacke zusammen damit die Umgebung nicht ähm verschmutzt wird weil da wachsen dann auch keine Pflanzen mehr also du kannst da wirklich reinhauen wenn du willst ähm hier sieht man noch nichts aber das würde dann halt äh ungefähr dann so aussehen dass dann hier so langsam was hervorkriecht und in diesem Bereich ähm geht halt alles kaputt dann genau du kannst aber auch mit äh äh Trampelfaden alles kaputt machen mit Spieleraktivitäten kannst du glaube ich auch alles kaputt machen und äh äh wenn du Sachen zertrampelst kann es halt passieren dass da überhaupt nichts mehr wächst und wir haben das hier noch nicht weil wir noch nicht so weit sind aber irgendwann kannst du äh zum Beispiel einen Hochofen herstellen und die Umgebungsluft äh verdrecken wodurch dann auch wieder alle Pflanzen absterben ähm und andere Sachen passieren also du kannst richtig richtig viel Mist hier bauen und das eigentliche Ziel von Echo ist das siehst du schon hier oben ist ähm ich glaube innerhalb von 30 Tagen schlägt ein Komet auf dem Planeten ein und du musst eigentlich mit der Community zusammen so schnell sein dass du ein Abwehrgeschütz bauen kannst um diesen Kometen abzuschießen den haben wir hier jetzt deaktiviert das kannst du natürlich im Singleplayer auch machen oder halt aktiviert lassen aber das ist eigentlich so das Hauptziel und der wird dann immer größer und das orientiert sich an Echt Tagen das heißt ich habe jetzt zum Beispiel den Wachstumswert hier im Spiel auf äh dem Multiplayer von 5 gesetzt ja auf jeden Fall ähm ich habe den den Wachstumsmultiplier auf 5 gesetzt damit ähm es dauert sonst ungefähr 19 Stunden damit das Weed hier wächst Echtzeitstunden das heißt der guckt auch wieviel Uhr es ist online und welches Datum und berechnet anhand dessen ob das Gras wächst oder nicht und das gleiche auch mit den Bäumen und ähm da kann es halt mal passieren dass du hier alles weggemäht hast alles angepflanzt hast und dann äh zwei Tage am besten nicht spielst damit du äh wieder Bäume bekommst es kann aber auch passieren dass die Umgebungs äh Verschmutzung so hoch ist äh dass keine Bäume mehr wachsen können oder es ist zu warm und es wachsen keine Bäume mehr das kann halt auch passieren also wie Dragon sagt es macht auf jeden Fall Sinn sich ein paar Videos dazu anzugucken um auch einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen ob das überhaupt was für einen ist ähm hat man da Lust drauf so rein zu griden ja ja alles gut ich werde eigentlich auch mich jetzt verabschieden ja das auf jeden Fall also und ähm ich glaube das ist auch gar nicht mehr so teuer ok kostet 29 Euro aber du kannst für 29 Euro circa wenn du wirklich Interesse hast 80 Stunden rein kloppen oder 60 Stunden und dafür lohnt sich das echt also das ist ein echt guter Wert für die Zeit die du da drinnen sehr positiv rein dumpen kannst ja so aber ich werde mich jetzt äh verabschieden weil ich will ins oh ne ich kann doch nicht ins Bett noch nicht wir müssen hier erstmal ihr Haus vollstellen mit Sachen oh andere Sache Berechtigung das sollte ich auch noch setzen nicht dass sie sich morgen hier einloggt super das passt ok ja finde ich auch also ganz ehrlich dafür dass ich 150 Stunden in ein Spiel geballert habe was ich damals glaube ich für 10 Euro gekauft habe oder so ja kannst du nicht meckern das gleiche auch mit Minecraft da habe ich damals 4,99 Euro für bezahlt und ich ich glaube ich kratze da mittlerweile an den 10.000 Stunden oder so dran ähm das sind mega gute Preise dafür dass du sowas von viel Spaß über sowas von 4 Jahren machen kannst oder hast also da kannst du echt nicht meckern ja so welches Schreiner Level sind wir eigentlich oh so bereiten wir aber auf jeden Fall mal für morgen vor so damit sollte ich Schreiner Level 5 werden und dann kann ich Bauplätze bauen so aber ich würde sagen für heute war es das erstmal ich werde ins Bett gehen ich muss pennen morgen geht es wieder früh raus ähm ja genau habe ich gerade reingehauen und dann morgen können wir direkt mit dem Level Up weitermachen und dann vielleicht sogar direkt die großen Bauplätze bauen wow und äh da war eine Idee dass wir hier die Wasserfläche nutzen und einen Hafendock bauen und dann setzen wir hier die großen Plätze rein ja ich muss jetzt mit meinen gebrechlichen alten Knien und mit meinen knürschigen Knochen unter die Bettdecke mit einer Wärmflasche damit die Gicht aus den Knien verschwindet und dann kloppen wir uns morgen ordentlich made in den Prägen und sehen uns dann morgen wieder ich denke mal so gegen je nachdem was mein Moped sagt gegen 15 16 Uhr so um den Dreh werde ich dann am Start sein ähm dann werden wir auf jeden Fall bisschen umbauen und die Schreinerei bauen die wir dann hier hinkloppen werden und dann werde ich das mit den Lagern auch nochmal ein bisschen anders machen sodass wir vielleicht einen großen zentralen Lagerpunkt haben wo dann mehrere Lager angeschlossen sind wo wir dann mit dem Auto hin kacheln können und die Sachen dann entladen und beladen für zum Beispiel Steine oder 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 ne dass das so ein bisschen weniger wird und hier aus unserem eigentlichen Wohngebiet rauskommt genau genau aber für heute war's das ich wünsche euch einen schönen angenehmen Abend ja kennst du das nicht ein Sägewerk im Wohngebiet genau also euch einen schönen angenehmen Abend noch danke für's dabei sein es war mir wieder mal eine Freude und dann sehen wir uns morgen wieder ich wünsche euch eine gute Nacht schlaft gut viel Spaß morgen auf der Arbeit oder im frei lasst euch nicht ärgern und dann gute Nacht auf Wiedersehen bis morgen Ciao